GoPro, ey, ich liebe GoPro. GoPro, ich liebe dich! Ja, auf jeden Fall. Eins, zwei, drei. Was geht ab, was geht ab, meine Freunde? Ja, Mann hier. Ja, Mann ist es gut. Ja, Mann ist egal. Ihr wisst Bescheid. Ja, Mann. Heute sind wir an einem sehr besonderen Ort. Als erstes möchten wir die drei hübschen kennenlernen. Oder zwei hübschen, nee, drei hübschen von mir aus. So, auf jeden Fall. Wir befinden uns heute in Neckarstadt, Mittlichstraße 42. Altes Holzland. Jawohl. Als erstes wollen wir die erst mal kennenlernen. Wir haben einmal die... Lilly. Lilly ist super, Lilly, das freut mich. Und Robert. Robert. Laura. Laura, jawohl. So, was findet heute hier statt? Das kannst du am besten sagen. Das kann ich am besten sagen. Wir haben hier heute eine Benefizveranstaltung überwiegend für Menschen mit Handicap, Menschen mit Behinderung, aber eigentlich für alle. Also wir versuchen alle zu verbinden. Menschen mit Behinderung, ältere Leute, Seniorinnen, Tänzerinnen, Nicht-Tänzer, alle die Spaß haben. Hip-Hopper, Wachata, Salsa-Tänzer. Und versuchen einfach Menschen zusammenzubringen und irgendwie zu connecten. Also das ist unsere Mission heute. Richtig nice, auf jeden Fall. Sehr gut gesagt. Wir wollen alle Spaß haben, connecten. Ein bisschen auch was für die mentale Gesundheit. Das ist ja heutzutage. Natürlich. Im Motion Fitness. Natürlich. Und übrigens, du bist auch ein Tanzlehrer. Ich bin auch Tanzlehrerin. Genau, wo kann man dich auch so besuchen? Du auch wahrscheinlich? Ja. Wir sind immer irgendwo unterschiedliches. Also uns Robert Dolce Vita auf Instagram, da poste ich immer Events, Laura, Danster. Laura, Danster, mein Künstlername. Und ich bin in Ludwigshafen und bin auch Tanzlehrerin in einem Fitnessstudio. Die Frage war, Topmodel hast du gesagt. Nein, ich bin nicht Topmodel und ich war auch nicht bei Heidi Klum, sondern ich habe bei Gem... Ich habe bei Miss Germany mitgemacht. Wow. Und bin im Fitnessstudio gekommen und es geht da nicht mehr um Schönheit, sondern es geht halt darum, es geht um Frauen, die Verantwortung übernehmen und richtig was gerissen haben. Irgend den Leuten helfen, ein Unternehmen aufgebaut haben, sich engagieren in der Gesellschaft. Und wo kann man dich da finden? Instagram? Auf Instagram bei Dr.Lady. Und Esther Mannheim sitzt hier auf dem alten Volkswald. Okay, super. Und wegen der Unternehmungsgründung und so, da würde ich nochmal auf ein Stück kommen. Ja, voll gern. Weil da habe ich irgendwas im Hintergrund mit dem Kollegen da zusammen gemacht. Cool, cool. Und auf jeden Fall. Seid ihr hier richtig. Und du bist heute hier? Ich bin heute hier und unterstütze den Robby, die Laura, die hier das Ganze organisiert haben und auf die Beine stellen und die Leute da dann pauschen und zum Wackeln bringen. Das haben wir auch vorhin mit ihr leben. Auf jeden Fall richtig keine Atmosphäre hier, liebe Freunde. Ich wünsche dir, ihr werdet jetzt alle da sein, aber vielleicht nächstes Mal. Genau. Und ansonsten, ich werde auch heute hier ein bisschen auflegen, also live on stage mit DJ Yammer, klar. und wir wollen auch ein paar B-Rolls-Aufnahmen aufnehmen, auch die, wie die tanzen, ich weiß nicht, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich wegen zwei hübschen Damen hier und wir, da hören wir Männer so, aber ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, wie ich bin. So, ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart, dass ihr auch kurz das Intro mir auch geholfen habt und ansonsten, wie gesagt, Instagram wird alles markiert, überall, ihr könnt hier alle abchecken, durchchecken, bis zum Gegner, stoppen, egal was, aber Robert, jetzt noch mal zum Tanzen kommen. Ja, oder? Wie? Gerne zum Tanzen kommen, let's dance und tanzen ist die beste Therapie, merkst du das? Ihr kennt ja noch mal den Robert, wegen dem alten YouTube-Video von mir, der war ja schon mal mit drauf, so, so, dann sage ich, ich zähl bis drei, ein, zwei, drei, Jan ist der Sport, jawohl, bis auch liebe Freunde, wir sehen uns, bis nachher, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. So, liebe Freunde, gleich geht's los, gleich werde ich Drive on the Stage auflegen, ja, ich werde Party machen, Stimmung machen, Nice. Und warum ich das auch Ganze mache, kann ich euch kurz auch erzählen, wegen sozialen Zwecke, wegen Hilfe, dafür habe ich auch kein Geld verlangt, möchte ich auch nicht, bei sowas bin ich jederzeit auf jeden Fall zur Verfügung. Auch an alle da draußen, falls ihr sowas vorhabt, ihr könnt mich gerne anschreiben, unter meiner E-Mail-Adresse, oder unter Instagram, für soziale Zwecke, bin ich jederzeit bereit, auf jeden Fall. Und ich finde es auch so schon schön, dass die Leute auch, zum Beispiel, liebe Grüße gehen auch an Robert jetzt raus, dass er sowas organisiert hat, und veranstaltet hat, aber vielen lieben Dank dafür, wirklich. Und auf jeden Fall, gemeinsam werden wir alle hier Spaß haben, es geht um tanzen, tanzen, Spaß haben, connecten, und vielen lieben Dank auch, der, der heute mit mir ist, der Jan, hinter der Kamera, auch vor der Kamera, und ja, wir werden heute ein bisschen feiern, und positive Vibes hergeben, und das war's. Ansonsten, bleibt dran, Jamann ist Gott, ihr ist bescheuert, I love you tonight, baby. 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 So, liebe Freunde, wir haben einmal hier die super hübsche, liebe Dame, die bedient uns auch, und ja, willst du einfach schöne Wörter sagen, für heute, für den heutigen Anlass. Ja. Was geht, also, durch dein Kopf. Durch dein Kopf? Ja. Was schön ist. Was schön ist. Ich schaue hier die ganze Zeit raus, und habe den besten Ausblick auf die Leute, die tanzen. Ja. Dann hast du viel Spaß? Ja. Sehr gut. Ja. Nachher wirst du mehr Spaß haben. Auf jeden Fall. Danke dir. So. Also hier werde ich jetzt gleich, auflegen, liebe Freunde, jetzt in die ganzen Band. Zack, 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 zack. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Applaus, Applaus erstmal! Riesen Applaus! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Applaus, Applaus Applaus, Applaus Von Seei Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hab das noch nie erlebt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, erstmal vielen lieben Dank, riesen Applaus für euch selber Riesen Applaus bitte, vielen lieben Dank, dass ihr alles schön so tanzt So, jetzt eine Frage nur Seid ihr alle fit? Ja, okay Das ist doch für mich eine Bestätigung genau Dann würde ich sagen, let's go Auf jeden Fall wird ein bisschen schneller Ja, okay Baby, das kommt deine Augen mit. Ich sch capitern auf mich, we können mich nicht verletzen. Ich könnte mich einfach auswählen, dass ich dich liebet, wenn ich mich nicht verletzen kann, dann bin ich nicht verletzen kann. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Das war's. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020